Also bleiben wir bei Skana, Sijuani, Evelynn. Ja, das hat ja gut funktioniert. Dann gehen die allerdings für Xayah, dann müssten wir halt für einen Rakan gehen, ne? Oder vielleicht gehen sie wieder für Kate, who knows. Wenn die pro Kate gehen? Ne, wenn die Kate gehen, geben die Jungs ja Xayah Rakan, das wäre ja dumm. Vielleicht banden sie jetzt Xayah und gehen dann für Kate und dann gehen wir wieder für S. Ah, jetzt überlegen sie. Kate, Xayah, die Band via Sijuani. Was spielen wir dann? Was machen wir? Könnte sein, dass die jetzt halt für eine Komp mit einem Sekt geht, oder was? Ah, Rakan. Ah, smart. Na, warum, ne? Gehen die Kate und wir gehen S. Die hätten uns halt auf S-Rakan frausen können, so. Äh, Sola, einfach Azure pick wieder? Ja. Nehme ich. Noch irgendwas? Richtig spannende Botlay Matchups. Ja. Bart, Bart, Bart. Aber nicht blind, oder? Ne, ich spiele sowieso, also. Können die die Jungs jetzt picken? Jungs wäre halt echt die beste Rolle jetzt zu bleiben. Können wir das nicht noch in einem richtigen Support spielen? Und falls wir verlieren, dann kannst du im letzten Yolo Game Bart spielen. Ne, ich spiele lieber jetzt Bart. Ne, du willst also jetzt lieber verlieren und ein fünftes Game. Ich weiß nicht, was ich spielen soll gerade. Hätte ich jetzt irgendeine Scheiße gepickt. Ne, ich werde jetzt wahrscheinlich immer wieder Braun picken. Ist fein, dann. Ich glaube, das probieren. Wir wärst mit dem Ranggarten. Und steifen. Noch ein Ranggarten. Oh, wir wärst mit dem Ranggarten. Vielleicht ist jetzt kein Ivan da. Zack mit Bart, ist doch nett. Oder sind sie so aus? Ja, aber ja. Ja, das geht auch. Aber gegen Trash nicht so geil. Ah, na, äh. Aber Ranggarten ist geil. Ranggarten kannst ja einfach one-shoten. Ja, das stimmt. Das ist Black Shea auch egal. Geben, ich fahre ich nochmal so? Ich fahre ich nochmal so? Ich fahre ich nochmal so. Ich fahre ich eigentlich. Aber dann lass ich jetzt so üppig, weil sonst, glaub ich, das ist das Bannen werden. Ranggarten. Ich kann ja noch weigern. Das ist nicht nice. Ich, keine Ahnung, wie das Zeige. Weil, ein, 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 ein paar andere Weibungen. Du bist ein Ripperino. Kassiks, Junge, 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 Witzel wirklich, so wie ich spiele dagegen. Zoe? Ja, sehe ich nicht. Du siehst schon, eh, dann geht. Ja, picke, ist okay, mach. Spiel das. Spiel das. Ich finde es so gut. Nicht so gut wie die von Kutscher, aber ... Was? Alter, wach mal bitte auf. Komm mal ins Bad und hau dir ein bitterwasser. Ich hab hier wieder letzte ... Warum bist denn so müde? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Lust auf dieses Spiel. Das laugt mich richtig aus. Ja, aber wenn wir jetzt verlieren, hast du dann auch noch ein Game. Das ist ja Grund genug zu fokussen. Wollen wir Weiger wieder? Ich mach das ja nicht mit Absicht. Weiger und ... Was war das letzte Wladimir? Ne, was haben wir gemacht? Äh ... Wandert. Taliyah. 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 Stimmt, stimmt. Nehmen wir wieder raus. Hab ich mehr Bock. Okay. Ich bin gespannt, ob er nochmal für Sintel geht bei Data richtig ins Fressbrett bekommen. Das ist ja so richtig, ne? Das sind die Ficker. Was? Das schreit nach dem Rengar. Das schreit mir hier nach dem Rengar. Das schreit mir hier nach dem Rengar. Rengar sehe ich hier auch, muss ich sagen. Also ich seh Tim nicht nochmal auf dem Leben, ja. Sag an, sag an. Ich seh mich auf Lee Sin. Ich seh dich auch. Die Morgana? Ich seh mich auf Lee Sin, ja. Okay, wenn er den K6 matchen kann. Lee Sin wurde übel gemacht. Voll viele sagen, der ist übel strong jetzt. Naja, hab ich auch schon gehört. Ja, der hat quasi die Nerfs ... Die haben einfach seine Ult genervt früher, weil er zu viel damage gemacht hat. Jetzt haben sie ihm exakt den damage wiedergegeben. Der Typ ist voll sad. Der will die ganze Zeit Kaiser spielen. Darf er nicht. Im ersten Game. Was sagst du jetzt zu der neuen Irelia, Kevin? Weiß ich nicht. Ich will die erst mal spielen, bevor ich was sage. Ich glaub hier war fancy as fuck aus. Die ist noch nicht raus, oder? Nee. Sieht fancy as fuck aus auf jeden Fall. Ja. Geht er jetzt für ein Tank-Match-Up? Junge! Gib mir einen Jax! Für einen Schwimmel! Das ist hier ... Oder Jax, Junge. Junge, Jax mit Conqueror ist halt einfach ... Der Junge schmilzt! Der schmilzt! Junge, 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 der fing noch ein Tank-Match-Up-Blight. Down to the floor. Dann noch ein Cutdown. Anaki, wie willst du spielen? Oder mit du spielen? Soll ich hier nehmen? Fürs Tour & Tour? Oder willst du ... Ne, cleanse besser. Ge-cleanzt, ge-cleanzt. Level 3 gegen den. Dann hab ich keinen Counter-Blight. Tim und ich machen jetzt 10 Robe-Synergies. Hauptsache, du redest ab und zu, damit wir wissen, dass du wach bist. Ja. Und ich paused einfach. Weil ich irgendwie drüber stehen bleibe. Das klingt wie ich, als ich den King of Spandau ... Das war sogar der Backdoor, wo ich einfach komplett müde gespielt hab. Wo ich einfach durchgemacht hab, Alter. Und dann ging der noch 3 Games und dann bis 1 oder so. Da war ich fertig, Alter. Warst du richtig fertig? Da war ich richtig fertig. Auf einer Skala von 1, wie fertig warst du? Kurze. Kurze. Oh, Junge, da ist ja schon Next Level. Was? Kapuste, ich war das. So. Was wollte er machen? Optionen halt, Topspiel ist immer da. Ist halt die Frage, ob man da Bot-Clain irgendwas braucht. Schubmitte, weiß ich nicht. Ja, Bot-Clain ist halt ... Tim kann auch die ganze Zeit ... Hast du Push-Power in der Mitte? Ja, aber ... Ah, Push-Power, Bot-Clain ist nicht vorne, ne? Der Rise spielt mit Ignite. Bot-Clain geht's doch. Wir werden wahrscheinlich ein bisschen reingepusht, aber ... Der spielt mit Ignite first. What? Wird halt schwierig, wenn die Flash engageren und das zu übernehmen. Kannst du machen? Du bist ja wirklich stärker als Kassi gar nicht. Oder? Ja, ja, ja. Also außer du face-checkst ihm, aber ... Außer ich miss meine Q. Ja, ich hoffe mal, wenn du ihn so ins Gesicht läufst ... Alexa, Rutsch die. Tim sagt doch sowas nicht. Okay, Boys. Fokus. Fokus. Da hinstehen. Wollen wir in Vayne? Junge ... Nein. Nein, nein, nein. Rückzug. Bevor ich wieder Q-Skill, Alter. Das hab ich so ... Sad gemacht. Nein. Nein. Das ist fein. Warum nicht? I can't cover this shit. Ich muss die Dinger hier einsammeln. Bot-Lane bin ich auch. Aber ... Ja, davor stand ich Bot. Ähm ... Was mit Bot-Lane? Ich hab Bot. Okay. Okay. Da muss aber kein krasser Pull sein. Ich will nicht sein. Achtung, hier können die sein. Vorsichtig! Ich hab's beruhigt euch. Ich bin doch klarer Pflicht. Da muss jetzt richtiger Platz sein. Wir haben gesehen, dass die hier sind. Das klingt wie das Food-Koma so ein bisschen. Ich sind 10 Euro darauf, dass jedes Binding auf sich deckt. Soll ich ... äh ... Soll ich ... äh ... Aber ... Du kennst dich damit ja auch davon getroffen zu werden. Ja, deswegen. Deswegen kann ich da halt von der Auserfahrung sprechen. Also pass auf, mein Lieber. Ich ... ich ward hier für dich, Tim. Danke. Gut geil. Für was? Für Kassix, falls er nicht will. Glaube ich nicht. Ah ... weißt du das? Ja. Okay, vielleicht nicht. Die Tänze bei den Loyal-Charakteren sollten auch ... Später, wenn das passieren soll, entschuldige dich bei mir. Ja. Gut. Nieder und ... äh ... Überweist den 10 auf Paypal. Alles klar. Habt ihr gehört, Leute? Noll! Hahahaha! Naja, das war dann so lustig. Was hat er gesagt? Ich bin arm und hab kein Geld. Wenn das Aufgas irgendwann mal umgesetzt wird, dann bist du arm. Jo, Alter. Was hast du gesagt, Clement? Bin ich schon bei 200? Was hast du gesagt? Okay. Fokus aufs Game. Anarchy. Red ein bisschen darüber, was du machen willst. Level 3 clear. Und dann gucke ich, ob ich Top- oder Solo-Lane ... Also ... Top- oder Solo-Lanes komme. Die haben auch gepullt. Je nachdem, wie eure Wave stehen soll. Könnt ihr das selber entscheiden, ob ihr ein Gang kriegt oder nicht? Aroyce ist auf. Meine nicht, meine nicht. Ich werd' pushen. Doki. Geh' nur jetzt sie hin. Wern CroocCект or not. Und dannarrnicht ob ich so stand shi't. Okay. Cool. Also, ich Face Kha'ix Level 3 Top-Sight n-Aby theway. Könnt' der durchaus sein. Da geht jetzt Warden, aber ich weiß nicht, ob TriBrush Kannst du über den River, genau, ja, genau 100% TriBrush K6 hier Ich kann move'n Okay, jump raus Da, böse kassiert Ich hab mittlerweile gepusht, ne, ich kann den Push nicht die ganze Zeit aufsicht halten Jetzt ist er ja nicht mehr so wichtig, ne Nice, nice, aber der verliert keinen Minion Super Nix in gesendet, ist der mitgekommen Der hat da geworden, glaub ich Kannst probieren Shit, ey, ich hab Fahrt, uuhh, der geht in sleep. Nice. Uwe? Ob er noch überlebt, ist die Frage, eih. Vielleicht da? Uuhh! Das war in 10, holy shit. Ey, lass das freezen, bitte. Nice. Das war in 10. Oh shit! Was hat er gemacht? Was hat er gemacht? Ich will es auch wissen. Der Q-Flash war in 10, Alter. Krasser Typ, Alter. Wir müssen pausen, ich will mir das im Stream nochmal angucken. Ich auch, ich will die Reaktion sehen. Aber gibt's da nicht über die? Zidola hat Angst vor Pausen, Alter. Ich hab Angst vor Zola in Pausen. Der Ryse hat sogar ignited, ne, der wird nicht TP'n, der ist richtig fucked. Willst du direkt nochmal kommen? Ich könnte auch kommen. Ich glaub, der kommt ja einfach. Nice. Tanking, Kevin picken, Alter. Ich wär auch gern Solo-Laner. Ja, 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 ja. Ja? Ja. Wir auch gern Bot-Clain. Wir sind's gut fein, oder? Nee, wir sind's nicht, Alter. Doch wär ich gern. Wann, wann, wann? Wieso gerne Ezra in Bottom grade? Was? Wieso gerne Ezra in Bottom grade? Oh shit, ich hab gemisst. Ja, Ezra war wirklich fast. Oh fuck, wir sind TP's. Wir sind fein, wir sind fein, wir sind fein. TP's durch. Gott, bless, Alter. Schön, dass da was gut ist. Oh Gott, die Beat Mitte? Jo. Hab ich richtig erschrocken. Der ist Rap. Was machst du denn jetzt? Oh, guten Tag. Mach ich den Play. Okay, sorry. Ja, ich wurde mal ein guter. Ja, so groß ist mein XP-Vorteil jetzt doch nicht. Ja, 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 ich geb es. Ist nicht so schlimm. Der hat kein Bein denn gerade. Äh, Kassi kann rund sein, ne? Pass auf. Ja, aber der ist an der Krabbe, glaub ich. Große Krabbe. Okay, okay, ich muss beruhigen, weil jetzt sonst will ich gleich wieder für die 10.000 IQ Plays gehen. Für die Omega Least in Place, Alter. Dann bleib ruhig. Ja, ich bin jetzt tatsächlich ein bisschen fein. Es ist auch am Entfernen. Ist das wie Hyped? Ja, nix. Hast du einen Goldback-Panning-Termin-Kutsche? Ich brauche doch 400, aber... Okay. Also ich kann auch noch eine Weile bleiben. Ich hätte jetzt entweder ein 300, ein 400 oder ein 500. Aber ich kann auch sogar bis... Das hat für einen Ping können. Äh, Affinity. Was? Äh, der hat für einen Ping. Das ist nicht so geil für uns. Das ist ein Funnel-Appes. Können wir den nächsten Mal auch noch pushen? Dann habe ich einen guten Backport. So. Wenn man ein paar CS verdient, dann war es besser. So, wer ist denn dann beim Drachen oder nicht? Hallo, ein Brauch. Na ja, aber sah er wie ein Backport aus. Alter, krass. Egal. Sorry, krass. Kannst du bitte mir Backup gehen? Der ist hier. Ich bin da. Ne, ne, der ist hier. Und freeze dich mal nice. Perfekt. Komm mit hin? Ne, ne, die kommen wahrscheinlich vom Bot gleich hier. Organe oder so. Hier ist ein Wort. Ja, das war ein, ich hab mir klein durch pushen können. Da wird jetzt die Pien. Weil der TP schon ab? Wie wenig cooler hat der Ignite. Ja, das seit, na. Mit dem Spreibuck. Man wurden was machen gleich? Ich bin noch nicht da, aber ja. Ich glaube, die kommen nicht, oder? Kann auch bitte gewesen sein. Ja, wir können noch mitte. Wenn ihr wahrscheinlich die Worte haben, wir müssen. Morgana ist hier so. Can you do that with you? Ja, ich bin halt. Morgana, Morgana, Morgana. Ich hab nur kurz das schwarze Loch in der Mitte gesehen, Alter. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh sorry, so einfach. Komm so. Ist fein. Ich dachte irgendwie das safe. Ich kenn's ja den, glaub ich, nochmal. Ich scale ihn mal. Vielleicht hat er abgebrochen. Mal gucken. Blues up. Wir sind übel vorsichtig. Kann sein, dass die zum Team movement gerade. Ja, die movement in den River rein. Vorsicht. Oh ja, ich guck um rum. KZX Mitte, der wird fünf Redbox. Kevin klatscht schon wieder, Alter. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Die Rune einfach Kevin tivon nennen sollen. Ah, da ist halt. Wir base nur topside gehen. Das verändert halt jeden Tank, weil du kannst ja das picken. KZX geht 6, ne? Be careful. Der hat lane XP gekriegt noch. Jo. Flash im Blue. Flash im Blue. Hallo. Ich sehe das gar nicht. Hallo. Ich kann move in den Ritz gehen. Flash wieder ab, glaube ich. Ich move? Äh, ich würde gerne Red noch machen, da bin ich 6, dann kann ich auch Action machen. Oh, wobei ich move in, ah. Ja. Ich hab jetzt 10 Gold durchklappt um den Krieg. Ich hab hier auf den Rise bekommen. Ja. Ich brauch den noch im Weg. Ich brauch noch. Oh, der überlebt das. Was hat pushen? Oh, der hatte doch noch Flash. Oh, der ist geflasht. Oh, schade. Hat mich connected. Ich habe doppelt die Bienen. Ach, Mann, Alter. KZX kommt mit 2 RP weg. Ich weiß nicht, ob er ist zu close. Passt. Ja, Mann, Alter, du kannst weg. Guck, wenn ich nichts will, dann pushen werde ich mit Ult annehmen, ansonsten. KZX-Bot-Set-Jungle, I guess. Ich hab wohl gut, wenn wir mal irgendwas machen. Äh, Mitte ist geflasht wieder. Ja. Eben. Warum ist das nicht mit Chat? Sorry, ich fress zur Head. Kann sein, dass die um Drake sind oder so. Oh, ich hab gern. Guck, wenn das nicht. Na ja, der geht einfach triple Globe Armor. Ich glaube, abends kommen mehr Infernals als mittags. Habt ihr so ne Theorie? Für die Schuhe. Sind ja auch nachtaktive Tiere. Wir brauchen noch ein 6-Gutcher. Ich bin 6. Bryce hier. Pass auf, sie wollen nicht collapse, glaub ich. Ich hab nicht mehr so viel. Bryce moved runter. Oh mein Gott. KZX-Solo-Damage, what? Jo. Da hat, ne? Da kann mit Drake gehen. Können wir probieren? Ich bin Hafe-Spiel. Das ist Top-Sepfen gehen. Das könnte man ja auch. Hat rein geprüstet. Hat zu probieren, ja. Aber die wollen gleich weg. Ja, wir können ja einfach anfangen. Ja, die gehen weg. Braucht ihr mich, ne? Nee, nee. Wie immer. Bryce, komm. Ich kann auch hochmoven. Ich hab' die abbekommen. Ich hab' die abbekommen. Ich hab' die abbekommen. Ich hab' die abbekommen. Wir hinten ausgleich für den durchziehen. Oh shit. Wer hat immer noch schielt, alter? Oh, schade. Ich hab' die abbekommen. Ja, ich hab' das Timing von The Rise und überhaupt nicht drin. Ah, Johnny, Junge, 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 tatsächlich gerne. Oh shit, ich hab' mich behindert. Fett mir, was ich sehe. Das ist ein Champion für mich, sag' ich. Nee, ist der Käthe und hat auch vieles. Ah, in so noch gräß' ich komisches Tit' da bei dir war. Ja, ich bin zurzeit nicht so Tit-Proof. Ah. Egal, wer hat mit Feuer gekriegt. Ich glaube, da ist es auch. Kutsch, ich glaube, in der Situation holt doch einfach die Rise und selber, oder? Da bin ich mein Junge, ne? Ja, stimmt. Wenn der drin steht, glaub' das ist einfacher. Klingt top turret gewesen. Oh, noch nicht. Können wir den auch noch? Aber es sah trotzdem fancy aus, Alter. Nein! Das ist connected nicht, mein Junge. I betrayed you. Nein! Der kommt so groß! Kann ich den zweiten? Äh, das war nicht so groß. Der Kasich kommt noch, der Kasich kommt noch. Scheiße, ich hätte auch den fucking Ewa übern Nexpushen, bitte. Oh, das war richtig bad. Wir können mit rotieren gleich und dann pushen. Oh! Oh! Ich hätte, das hätte ich ganz anders schlimm müssen. Wollen wir das probieren? Naja, wobei. Hätte ihn auch andersrum wahrscheinlich, ne? Ja, du hättest, äh, ich hätte auf deiner Ehefütze drunter warten sollen, der Sleep, dann schläft er und dann geh mal drauf. Ist halt voll schwer mit dem TP, weil er ja durch den Turren fliegt. Ich weiß, ich kann es nicht dahinter legen. Ich hätte mich einfach seitlich stellen sollen. Die Rotation ist ziemlich gut, actually. Oh mein Gott, Mann. Ich bin so AFK, Alter. Die kann ich nicht mal gesehen, Mann. Könnt ihr top-moven? Ja, 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 ja. Aber du musst in der Bot, ne? Sonst geht der Bot-tötter. Ja, du kannst, du kannst, du kannst, du kannst. Okay, passt. Okay, passt. Wie hast du Bart-Ult? 15. Ah, schade. Das hat mir die müssen jetzt schon gehen. Der Bot ist jetzt halt wieder relativ low-good-drops. Ja, top auch. Also, du kannst sogar jetzt top-com-tippen. Darf ich den mal zu Ende machen? Nein. Kann sogar sein, dass ich ihn jetzt schon forsten sollen. Also, ich würde jetzt, dass du kommst, am liebsten. Ich probiere Bot-Lang-Player zu machen. Ja, komm, komm, komm. Komm schon. Nee, zieh durch, zieh durch, zieh durch. Der ist jetzt fast fertig. Eine Sekunde. Ich komm, bot, ich komm, bot. Ah, ich hab ihn nicht. Kassix auch unten, Kassix. Bei dir. Alles gut. Das ist jetzt Batman. Und Dakin ist da mindestens mehr. Man, hier ist Kassix. Haben wir doch gesagt! Haben wir doch gesehen! Ich sehe heute gar nichts mehr, Mann. Ja, Chills. Ist doch fein. Einfach nochmal kurz dazu nennen, wir können wir gleich schön Fortnite suchen, mein lieber. Die haben alles raus, Bot. Wenn die Kassix sich unten abfangen, maybe? Der ist gerade in den Luftverglauben, glaube ich. Ich glaub, der ist in den Luftverglauben gerade. Jetzt kommt er, zack. 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 Oh oh. Äh, Ray's Flash. Äh, Ray, Ray's Flash. Aber das machen noch Wölfe dann reset ich. Wie machen wir das, wie spielen wir da jetzt rum? Ähm, ich spiel einfach weiter top. Besten League sind irgendwie noch Wards oder sowas. Aber ist halt trotzdem mega. Ich hab Übel, ich hab Turret fertig. Der Karzix kommt halt nur recht gut ins Game. Aber 2P2 sollten sie doch auch relativ hart stompen, oder? Den Karzix, der fällt ja um die Papier. Joa. Also für den Counter gehen wir nicht. Aber ja, mit ja keine Pressure mehr. Der Ry's ist jetzt ziemlich fett. Der bot lane hat 800 AP, der Turret. Ich hab gleich nochmal Ult, da werden wir's nochmal klären können. Kommt da drauf an, wenn wir nochmal einen guten Engage streamen können, wenn wir den noch halten, ansonsten findet er auch bald fallen. Wenn wir, dann wir uns da machen. Ja da drauf. Bada 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 das bada 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 billa. Baa, ich mach, Ohlems, price move top. Kann sein, dass sie den top tier wollen. Aber ich habe erst 15 gold durchklebte, so war ich schon 10 q. mit 15 minuten etwas getroffen hier ist doch in mitte gehen wahrscheinlich jetzt ich hab da herald geplaced können wir daraus irgendwas machen das ist ein witz wir sollten einfach rosen können wenn die kommen adi wieso wir unten okay alter Schöner Kick trotzdem, das war echt juicy. Der hat immer noch keine Flashes. Oh man, der Junge hat sich geslappt. Ja, nach halb 10 ist das auch ziemlich gut für uns. Ich denke, der Bot will bald wieder back. Du weißt, dass Katniss ist. Wir sind noch da. Weiß Bot. Nice. Kann sich's auch. Ja, 4 Bot, die wollen die Territualen. Ich push mit deinen rein. Ja. Ja. Ich push mit deinen einfach rein. Ja, die Wender für Drake versuchen. Aber nix gejustet außer Kate. Ich musste hier. Nicht catch werden lassen. Ja, weißt du, dann haben sie auch Videos. Ich starte Drake an der Seite. Okay. Nix geben. Das ist ja auch. Ja, ne. Wir wollen Play machen. Wir kommen. Mach dir kurz noch rein. Ja, ich mach dir kurz noch. Mach dir rein. Ich komm mal rein. Ja, ja. Ich hab kein guter TP Player nicht. Ach, schlade. er ist aber einfach einfach auf einmal in meinem gesicht und ich verliere dreiviertel leben so ohne dass ich irgendwie irgendwo auch nur ansatz davon sehe dass er auf dem weg ist so das ist so fucking retarded kannst du mir wieder backup geben ach der ist so ein schitzel unten nochmal aufpassen kann sein dass die nochmal ein play machen wollen also ich wieder da wird hat 500 api haben trotzdem schon lange karls könnte jetzt auch wieder überall sein ich kann wieder auf was ich muss k6 mitte wir können botten play machen ja ja wir haben keine keine gebadelt aber ich kann mir hier treffen ich bin auch auf weg kommt weil ich bin so berger ist egal konzentrieren konzentrieren weiß ich jetzt raus schocken wird auch einfach raus können versuchte einfach raus was auf schockert auf kann ich gleich weggegen naja das ist ein gelchen kurs ist bei mir ja ich kann ja es fein nur einen wir haben eins zu eins im endeffekt getradet und zwei tps bekommen so nein die werden jetzt wahrscheinlich die bauten dafür bekommen aufpassen wir haben gutes scaling die oder wir die k6 mitte ja wenn hat noch die algar hat noch snack rice flash aje das macht irgendwas irgendwie verschwören aber ich glaube das wäre so ein game wo wir nicht viele kontrolle haben wir gehen wieder runter ja mal die ja mal diesmal nicht nicht ganz nicht anders als auf jeden geld wie letztes mal also wenn wir zu viel zu stehen wird es den deutlich schwerer fallen nicht rein zu gehen oder so und wir haben es jetzt mal viel einfacher mit es will so auch effektiv zu proben ich bin einfach weiter und drake meine müde ist k6 und weisen gerade so problemchen also der reis wird da nichts machen können wenn man immer noch ziemlich weit flitten aber nicht ein golds davon kommen jetzt ja ja auch nicht man muss ja das ist ja drauf ja weiß wird auch nun endlich das hat das problem erst mal wenn ich versuche den zu zerstören ich denke aber wir kriegen jetzt mal hinaus also jetzt ist gut haben keine rave leider aber ich glaube eine bad und getroffen jenner tanken sollen sorry fast schon ich gehe weg vielleicht schaffe ich meine zeit zurück zurück backup 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 der reis ist half-life kann sein dass die beide bot können wir das nein 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 die können nur kassiks kann wollen der reis ist super low ja die kriegen wir nice schöner gang ich habe jetzt trinit ich bin jetzt super strong ja ich werde bottom gehen du bist bottom oder wir bottom ich gehe bottom ja wenn ich auch gut ich habe jetzt gerade das beginnt same strong gerade brauche wir uns ich kann sich bei mir die ganze spielzeug gesehen im zimmer die menge an hp gesehen ich gebott kann sogar feiten aber auch mit landes kaputt gerne und capon ist ja die kommen auch in deutschland also wieder raus packt nicht wirklich 300 gold fahren drake in 30 den auf jeden fall machen sogar das top willst du hinrutschen kevin oder du kannst du also wie du den k6 box box werde ich auch nach das teuer info ja gut aber der ist inwes aber ich muss auch haben mich alle oben hast du gerade hat wahrscheinlich die p3 top ja auch ich hatte die falsche tausende kann sein dass er mit einem kick warte mit einem kick die ich finde es die ich hab die pp wort 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 mit dem bart und haben wir nicht genau Ja, ne, ich will nur sehen, ob wir es machen. 7.000. Ich ultle. Kannst du Drake machen, Tim? Achso, das war mal ja. Das kam ich da niemals kennen. Ich habe alles ab, aber ich habe F statt D gedrückt, damit so ja immer Thumbs of W hat und keine Ahnung bin einfach gestorben. So easy, so ein Kackfleisch. Ich habe das Blade Up. Ah, dann gehe ich einfach weiter, glaube ich, wenn ich gegen den Reiss. Das ist mir jetzt insane. So, ich bin 1.000 Mal stärker als die Caitlyn. Oh mein Gott, ey. Junge, kannst du mal aufhören zu weinen? Ja, gleich kommt die traurigste Nachricht der Welt im Chat. Was soll ich sagen? Ich habe 50 Gold durch Klepto. Ich habe sogar schon 9 Items gelootet, Alter. 23 Minuten. Nicht mein Tag heute, Leute. Nicht mein Tag. Try it, AMG. It's bad. 23. Minute Sides already. Let's fucking go. Ja, ein bisschen brauchen wir eh nicht. Okay, was konzentrieren, bitte. Okay, wie wollen wir das jetzt spielen? Wir sind halt gut und ich sind halt, ob das Settling trotzdem angehebt hat. Kann sein, Kha'Zix ist 100 pro Top, kannst du mir backup geben? Jaaa, schwarz. Der würde nie so spielen, Alter. Was sind wir da? Was sind wir da? Was sind wir denn da? Was wird falten? Was wird falten? Was wird falten? Wir müssen jetzt falten. Warte, was? Warte, was? Warte her! Warte, was? Ich geh für Caitlyn. Oh shit. Verzicht kommt hier. Wer sind da uns? und die pinks noch ich werde auf den hier gehen auf den k6 ich hab beide gestand online flash raus die dumme das war mal gut ich hab die nicht gefickt was macht er denn hier hatte ich nicht gefickt was ich habe das spiel zu solar ist noch kleb bekommen ja das wäre schön oder jetzt habe ich das nennt man also tanks so weit geht da wird keine ich bin sogar nämlich auf dem tank wenn wir trotzdem haben wir noch ein bau und was ja wir sollten jetzt trotzdem denke ich vorschlagen ja machen wir die frau doch noch dings ja sicher nicht ich glaube nicht dass wichtig ist ich krieg morgana die kaitlin ich hab die kaitlin alter beautiful der schock der schock der muss vielleicht hat du weißt du musst auf jeden fall mehr ja jetzt auch der film junge du machst aber auch schaden alter da wird sie gebetet er war relativ easy ich hab dich nicht gefickt ich laufe weiter wie kaitlin haa kam ja also wenn ich so weiter mache bin ich gleich wieder für hp mit blu und dann mit wetterneggen ich die oder kriegst du kaitlin ins mauer dann kriegst du einen headshot krit und dann nur 20 leben 30 leben die sekunde oder so willkommen in normalen lanes ich will den die nehmen wenn du willst raus zu jura nur in der minute bis du vorleibst bist so na bei mir ist jetzt trotzdem raus aber wir haben 13 zugechilltet ja der weiß macht halt insane für damage aber er fällt auch insane schnell ja der ist uns zum tot wenn wir den mit bard oder so getreffen vor allem ist der zu dumm auf clans zu wechseln und so ein ding eine minute entfernen wichtig wichtig keine k6 vielleicht chanken ich werde gleich switchen auf top wir haben genug damit für den cho schon oder ja ja ich bin jetzt mal eine kato note ins mauer ist doch kaka ok 30 track wie hat der typ der push ist top ne ja ich geh also ohne rise 4 gehen wir insane einfach ohne rise oh den top einfach helfen ja wir müssen halt irgendwie in engagement die sind hier k6 bitte 700 AP alter geh mich da k6 auf ich wollte ich nicht so jetzt schüttere die raus ist raus nice also das top treffen oder sollen wir jemanden schicken jetzt gehts grad noch weiss ich nicht wir haben kein problem damit einzuschicken ne ich würd schon ein ich gebäst ich gebäst wir können der geht besser alles gut warte mal ich geh mal schon mal runter dass der chugart overstate oder so ich glaub der poll sich irgendwo weg ah guck mal hier k6 ist auch da ja ich komm ich komm ich komme vielleicht wir spielen das ist immer noch hier doch geht das denn gestunt hä warum dachte ich das denn nicht ich werde doch support brauchen hier die hat das gestunt ich kann halt auch nicht rein weil der gibt mir mit jedem q 700 ja noch mehr ich brauche irgendwie noch was gesagt auch ne leck mich shit mit johnny heute los was ist denn mit johnny los da kommt so eine kittin was auch der der wandschallig eke und bist du und leider gottes aber ich dachte auch vorhin so ah das sind 20 minions er macht übrigens er wird das kriegen da denke ich auch immer bei dem du stirbst noch älter 3 weworks ne es ist in der minute und älter ist danach ne destroyer info das kennen ist jetzt aber auf jeden fall inzwischen ich weiß wir werden ja auch outscaled wir müssen aufpassen was tiefer zu werden geht ja wir müssen jetzt auf jeden fall mit den nächsten buffs versuchen das game zu closen wir haben echt noch ein bisschen zu viel base bitches mit den sneaken price ohne blue wär schon juicy ey karl äh red star ne das macht gar keinen unterschied wirklich echt ja gut er hat so viel mana du merkst es nicht mal du kommst gar nicht aus dem funden das machen wir mal den machen wir mal trappen wie ist der plan vision und dann trappen ich hol mir ganz fix den blue weil bei mir merkt man es der sichtsam grump ich mach noch den net schnell ich weiß nicht mehr ich weiß nicht mehr hol geping gewarded raus gottschauen bei hier ja wir fighten bitte ich bin fighten bis jetzt jetzt ich habe das vielleicht wollen das ja ich bin ich ich bin 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 Oh, das war so bad, oh mein Gott, warum ist das? Pass auf, ne? So gut bis dann und dann so bad. Ich glaub gegen RICE mittlerweile... Karsix kann K... Ah ne, Karsix ist Mitte. Weil wer einmal von euch irgendwie in Range ist, der... Ja, also... Das ging bis jetzt immer gefallen. Die von Bot, alle Bot, alle Bot, alle Bot, alle Bot, alle Bot. Wollen wir Nash gehen? Nash, Nash, Nash? Dann müssen wir das tanken. Oh ne, die von Bot, Bot. Bot, Bot. Bot. Ne, der hat jetzt auf jeden Fall keinen Flash mehr, der weiß. Hat sie poken? Kannst versuchen, ja. Den alle rechts lang. Ne, die komm jetzt zu dir hin. Ne, ne, ey, der ist raus da. Ah, der fickt halt richtig so. Ja, aber der war komplett getreut von mir. Also ich hätte den halt da finishen können, aber ich misse den Q. Und wollte halt quasi traden. Also er hat jetzt Flash auf jeden Fall raus. Das fand ich so smart. Der Flash in einer Minute wieder ab. Kein hat auch keine Flash. Die gehen noch zum Nash. Ich hab Ult up. Die sind noch, die sind noch nicht based. Die sind noch nicht based, ne? Das ist gut. Ich geh top. Klar ist die, klar ist die. Können wir den pink? Können wir die starten? Klar ist die base? Ja, lass den Riker durch. Wir haben keine Vision. Der ist da, der ist da noch, der ist da noch. Der war hier. Wir müssen raus. Was? Ja. What? What? Nice! Wir müssen raus jetzt gleich. Okay, einfach mal rein. 5k. 5k. Die sind super gehofft. Die sind super low. Nice. Können wir Nash? Nein, 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 nein. Doch, 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 Nash, Nash, Nash. Ich glaube, wir konntest du nicht. Nice. Auf den rice müssen wir halt. Rice, rice, rice? Rice? Oh. Was ist da drin? Kha'Zix da? Oh fuck, jetzt habe ich ihn nicht. Egal, egal, lass gucken, ob wir das noch spielen können. 2x Überzahl, 2x Überzahl. Oh. Ich komme mal ran. Hab dich gespeedet, Kevin? Ich komme nochmal für den rice. Ja. Hab ihn? Ja, der war, 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 war. Oh, nice. Der Penny möchte jetzt zum Ende, ne? Nein, leider nicht. Kate ist hier. Schiff, die Minutes tanken. Wir müssen tanken nicht dauer. Ist ja, der sie ist irgendwo hier. Irgendwo hier, irgendwo hier. Ich gebase und komme mit TP wie aufs Minion. Ach, das schaue ich nicht in time. Wir können facehaken, wir können facehaken. Elda ist in 30, ne? Den will ich haben. Ja. Wir nehmen In-Nap und dann Elda, würde ich sagen. Ja, lass, ich kann, ne? Nein, nein, wir kriegen den nicht mehr, wir kriegen den mehr. Es sind zwei, es sind zwei. Ah, ich hätte halt so viel zu kriegen. War ein paar Verhältnisse? Ja, aber da hätte ich da den Nash gekriegt, ne? Du kriegst ne Trap ins Maul, knock ab. Ja, wir sollten Elda, wir sollten Elda. Ja, den Nash nicht fail zum Ende. Lass mal bitte das Ballon-Ding. Egal, Krim, du hast gewusst, weil das bisher passiert. Nimm, nimm, nimm. Der hat halt keine Q ab. Bist du auf? Geh, schwein. Die werden die aber kommen, ne? Ich hab Ur wieder ab, ich hab Ur wieder ab. Redemption kommt. Rise ist tot. Ja, wir turnen, wir turnen, wir turnen auf die. Ja, wir müssen fighten. Die können das nicht ohne Rise fighten. Ich glaub, die werden das auch nicht fighten. Was machen wir dann? Resetten, komm? Lass uns jetzt resetten und dann müssen wir fighten. Also wir haben Teardrakes und Elda. Naja, das ist brutal. Und vor allem der nächste Elda-Bullett ja noch mehr, ne? Also wir haben jetzt auch wieder ne Late-Game-Condition. Du kannst gerne die Top-Wave nehmen, wenn der vorhin ist. Da hat der Summler's raus, der Rise immer noch? Ja, ne? Oder er ist wieder ab? Der ist wieder ab. Ich glaub, ich bin 55 wieder ab. Ben schieß von ihm, ist so annoying, Alter. Der Dirk. Ja, ich hab mir den gekauft am Anfang, weil ich, äh, Richtung Draktar ging mal, hab ich vergessen, dass der genug ist. Elda hält nicht so lange, ne? Naja, wir müssen jetzt so ein Viertel schon ausgelaufen. Ist auf jeden Fall ganz gut. 15 Sekunden-Ulti. Nehmen halt noch den Baron, ne? Der hält wahrscheinlich so lange, wie wir Elda haben. Ich glaub, ich bin so schnell, Alter. Die wollen rein. Nein, ich bin fein, ich bin fein. Raus, 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 raus. Raus, 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 raus. Ich komm, ich komme. Hat er geflashed? Ich weiß nicht. Okay, dann mach ich noch Slow Push top. Ich mach Slow Push top. Pass auf, pass auf. Nein, nein, nein. Ich bin echt tanky, als ich dachte. Mit 38 im Air. Alter, er hat ja kein Wolfs. Keine Finanation. Okay, Top-Push. Ich hab Gold ab, ich hab Gold ab. Ne, ne, ne. Johnny ist noch nicht, ja. Baron hält noch. Kassig ist es hier. Noch eine Minute Baron. Ungefähr so lange, wie unser Buffs. Wir haben halt insane viel Damage jetzt, wenn wir einen Fight finden, ne. Wollen wir rein? Hat Ryski vielleicht, seid ihr sicher? Nein. Okay. Scheiße. Ist gesloat? Zweckschild ist raus. Was? Oh, trifft, trifft, trifft. Oh, das ist aber noch ganz krank. Scheiße, ey. Ich muss trotzdem noch kriegen, sonst ist der Ende weg. Ich hab kein TP leider. Ja, ich kann auch immer. Ja, lass doch raus, lass doch raus. Oh, ich bin ich hab, Alter, wie schnell der ist. Vorsicht, ihr seid ihr jetzt ein bisschen alleine. Keine hat sich mit Stopwatch gekauft? Da, mach ich. Ich will Jagen. Ja, nur das überlegt. Ja, okay. Dann, wir können jetzt das überfassen. Aber wir können theoretisch auch übelgut ein bisschen im Jungle holen. Und dann wird Zoe, ich spiel mit dem E. Ja. Mein Name ist es halt auch komplett ins Name. Ich geh kurz base. Ich hab Blitz bei. Ach, schwierig seit auch gleich. Ich lass das mal. Ich hab jetzt auch GR. Ein Vollbild jetzt. Ich hab ein Vollbild in. 300 Gold. 300 Gold. 300 Gold. Alter, mein Auto-Attack mal. Da wird 1000 damage. Okay, und wo schwimmen wir jetzt rum? Wollen wir einfach was rum mit? Wollen wir Mitte pushen und hier in den Jungle gehen? Würde ich sagen, ja. Ja, Jungle gehen. Ich geh wieder bottom. Ich geh wieder bottom. Ich geh wieder bottom. Ich geh wieder bottom. Wir haben ja recht. Ich geh rave hier. Ja, aber das ist... Ich weiß jetzt nicht das Problem. Ja, das hat uns geben pressure. Das hat uns geben pressure. Jo, wartet. Der Tomb da unten sollte free sein. Pass auf, pass auf, pass auf. Pass auf, pass auf. Das ist die Leute durchkirchen. Ihr könnt ihr raus, ich mach mal mit ran. Okay. Slow push die Mitte. Ja, dann müssen wir weiter raus. Okay. So weit raus würde ich jetzt auch nicht. Können wir hier auch nur? Weißes bot? Weißes bot? Lass uns gucken. Was machen? Okay. Ja, ich push top. Hier und hier. Lass er stoppen, lass er stoppen. Die haben mich gemufft. Okay. Ähm, ich werde engaged. Soll ich dich? Fine. Good job. Ich bin durchgezielt. Ist fein, ist fein, ist fein. Ich glaube ich ist fein. Okay, dann range. Ich bin raus. 1,40 Nash. Lass am Nash dann wieder probieren. Diesmal kannst du dich dann nochmal beweisen. Der K6 wird auf dich gehen wollen, Sola. Mhm. Ah, hier. Ah, jetzt kriege ich jetzt der K6. Der move bot, der move bot oder so? Ne, der klicke ich nicht. Ich bin relativ alleine, glaube ich. Ah, ich kopiere noch deinen Tuff. Passt auf, K6. Ich renne, ich renne komplett weg. Wenn du noch einmal bist, dann habe ich noch Dommel nix. Okay. Was, wenn wir auf den Rise versuchen zu kollapsen? Der wäre dann... Der K6 ist dazwischen in dem Jungle. Er ist noch nicht rein. Ja. Der wäre jetzt auf jeden Fall für den Inip gehen wollen. Ich weiß nicht, ich trau mich nicht. Ich glaube, ich kann dem irgendwie wohnen, aber... Ich kann das kurz gar nicht einschätzen. Ich versuche jetzt... Ich kann ja mal versuchen, über die Lane als Backup noch zu kommen. Wenn ich dranbleiben kann an dem, dann... Ich kann nochmal Fixed Base für einen Pot. 40 Sekunden. Für einen Pot habe ich auch noch. ... ... Okay, okay, ne 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 ne. receber. Rennen die! луч tape ist. àn� Ich tippie auch jetzt! Äh, ich tippie. Ich komme jetzt auch. Oder gehen die raus? Ich muss doch première. Ja, die sind noch... Weil es hat Ghost gezymeet Eve. I think. Ich hab Bryce gewählt. Ich hab ja SubONE. ... Also ich gehe mit wilder Buss. ein bisschen vorsichtig vorsichtig alle noch alles muss aus die sind super beide die war nicht drinnen jetzt wird aufräumen oder nice wie machen wir das bei mann oder enden ich gebe es auf jeden fall könnte man das kann ich glaube so dass wir machen zu dritten ja 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 das ich habe den besten push auf jeden Fall. Good job Leute. Boah, Alter, der Reiss, äh, ich war einfach auf. 20 auf K. Ein HP. Der K6 muss sofort angehen. Müsste den Movie 1 können, aber ist halt high risk. Ja, und vor allem Low Reward. Könnte 6 Sekunden warten? Ja. Kommt nach dem Flubitz zu euch. Oh. Ja. Nein. Lass noch Blut mitnehmen. Ja, ist nicht so schlimm jetzt. Ich bin mit Top Wave, dann habe ich, äh... Ja, ich bin mit Vollgeld. Okay, noch einmal Resetten, Leute. Und jetzt... Elder. Weiter Elder. Weiter Elder, ja. Mit Elder Nash. Ich glaube, damit müssen wir echt versuchen zu finishen. Da gehe ich, ich gehe toplane. Split pushen. Erstmal. Du hast gerade einen pushen Blut, Johnny, oder? Ja. Kann ich unseren haben? Ja. Ja, cool. Ja, das ist schon wieder überlebt, aber so wenig. Also close. Rise hat wieder auf dich geflasht, ne? Oder was, Kasus? Rise hat wieder auf dich geflasht, ne? Wir haben wahrscheinlich alles raus, oder? Ja, wahrscheinlich, ja. Und welchen den spielen wir jetzt? Du gehst Bot? Kennen wir, oder du gehst du top? Ne, ich geh top. Ich bin gleich da, ich bin gleich da. Mitte ist halt offener Indip, ne? Oh, fuck. What? Was denn? Ich hab den Red Buff irgendwie bekommen. Irgendwie. Der weiß jetzt keine... Red Buff Delivery. Ach, Fahdus, oder? Was denn? My Bird, sorry. Hey, der Damage kam durch. Ja, aber das ist doch nicht der... Können wir Mitte einfach? Geht mal mit Pressure ein bisschen Mitte. Die werden der Elder gehen, ne? Ich hab grad genug Damage. Kein Waffe Elder. Ich zieh... Elder gehen, verlieren die 2. Ich zieh Schogart, 2 Drittel AP. Ich kann den auch einfach, äh... nicht mehr Stil. Habe ich. OOOOOOOHHHHH!!! OOOOOH!!! 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 OOOOOO!!! OOOOOO!!! عةعةعةành Das war in der Fortnite. Ach so, Leute. Eieiei. Team Zogart mit dem Nolo. Alter, das guck ich mir jetzt gleich auf dem Stream an. Das schau ich auch, ey. Die haben, glaub ich, gar nicht hingeguckt hier hin. Kann das sein? Nee, Alter. Kutscher, ich sag doch, ich will Fortnite spielen. Ja, ich hab hoch. Alter, Kutscher, ne. Wir flamen so dann die ganze Zeit. Der ist kacke. Juice ist nur am Fortnite-Zock und dann haut einfach... Ja, der lernt ja snipen jeden Tag, Alter. Das Snipe-Training, von Anfang an, geiler Plan. Vor allem, ich sag halt einfach, bei jeder Snipe und hab ich. Und immer einen Klaps. So musst du es auch machen. Leute, der Cho hatte nur 5 Stacks fies. Das gönne ich mir jetzt so neue Stream, Alter. Oh, guck mal, mein Farm. 420, blazed. Oh, wir haben 4 gefehlt. Alter, schulde. Oh, das war's, Leute. Gott bless, haut rein.